Im letzten Jahr waren junge Menschen in Deutschland so lange online wie nie zuvor. 258 Minuten laut der GYM-Studie 2020. Das sind knappe vier Stunden. Jetzt ist es ja, wenn man mal die Corona-bedingten Einschränkungen bedenkt, gar nicht so verwunderlich. Trotzdem sieht man immer wieder Schlagzeilen, in denen es darum geht, dass junge Menschen richtig süchtig nach ihren Smartphones werden. Kann das sein und kannst du vielleicht sogar betroffen sein? Diese Fragen klären wir heute im Video. Dass man nach irgendwas süchtig ist, das sagen wir im Alltag manchmal einfach so. Ich bin gerade süchtig nach dieser einen Süßigkeit und nach diesem Lippenstift oder nach Stricken oder irgendwie auch nach TikTok. Dabei müssen wir uns einmal ganz kurz klar machen, dass süchtig sein nichts Spaßiges ist und nichts, was einfach mal so passiert. Das können wir uns am besten klar machen, wenn wir an sogenannte stoffgebundene Süchte denken. Also zum Beispiel, wenn jemand süchtig nach Drogen ist. Denn wer süchtig nach einer bestimmten Droge ist, der tut alles dafür, an diese Droge zu kommen und eben nicht auf Entzug zu kommen. Und so kann es auch sein, dass man Entscheidungen trifft, die man sonst nie getroffen hätte. Zum Beispiel, dass man die Familie oder Freunde beklaut und schlussendlich ganz alleine dasteht. Für Süchtige entsteht also früher oder später wirklich ein Leidensdruck. Jetzt würde die Sucht nach einem Smartphone aber gar nicht zu diesen sogenannten stoffgebundenen Süchten gehören, sondern zu den sogenannten Verhaltenssüchten. Da gehört auch Glücksspielsucht rein. Man ist praktisch süchtig danach, ein bestimmtes Verhalten wieder und wieder zu wiederholen. Kann dazu auch sowas wie YouTube, Insta, TikTok und WhatsApp checken gehören? Wenn man solchen Schlagzeilen glaubt, dann schon. Aber ist es wirklich so? Als erstes muss man mal sagen, dass es keine offizielle Krankheit mit Namen Smartphone oder Handysucht gibt. Dazu ist übrigens auch noch total wenig erforscht, weil es das Phänomen noch gar nicht so lange gibt. Grundsätzlich kann man also sagen, Smartphonesüchtig ist wohl kaum einer. Denn es geht ja auch eher darum, was man da am Smartphone macht. Will man zum Beispiel ständig Handygames zocken oder ist man eher auf Social Media unterwegs? Und wenn das der Fall ist, was genau macht man dann da? Geht es ums Liken oder ums selber Aktivsein? Ihr merkt, das Ganze ist ziemlich kompliziert, Schlagzeilen mögen es aber einfach. Wenn man bei solchen Texten mal genauer reinliest, dann sieht man auch ziemlich schnell, dass wir alle gar nicht so süchtig sind. Ab wann ist man jetzt also süchtig? Am liebsten würden wir wahrscheinlich hören, ab 7 Stunden Smartphone am Tag ist man süchtig und davor ist alles okay. Doch so einfach ist es leider nicht. Denn sonst wären wir wahrscheinlich in Zeiten von Homeschooling alle irgendwie Laptop- oder Computerbildschirm süchtig. Und Menschen, die 8 Stunden beruflich vorm Computer verbringen, wären dann ja auch irgendwie süchtig. Alles auf die Zeit zu beziehen, macht also schon mal keinen Sinn. Was machen wir stattdessen? In der Forschung zur exzessiven, das heißt einfach sehr starken Smartphone- oder Social Media-Nutzung, gibt es verschiedene Skalen, die immer wieder eingesetzt werden, um zu schauen, ob eine Nutzung noch okay oder schon problematisch ist. Eine davon ist zum Beispiel die Bergen Social Networking Addiction Scale. Wenn du dich jetzt gleich testen willst, dann stopp kurz das Video, hol dir einen Zettel und einen Stift und dann legen wir los. Ich lese jetzt gleich ein paar Fragen vor und du siehst hier unten eingeblendet immer die Antworten. Schreib dir einfach immer die Nummer, die zu deiner Antwort gehört, auf deinen Zettel auf und nachher machen wir die Auflösung. Wie oft im letzten Jahr hast du Zeit damit verbracht, über Social Media oder den beabsichtigten Gebrauch von Social Media nachzudenken? Wie oft im letzten Jahr hast du den Drang verspürt, Social Media mehr und mehr zu nutzen? Wie oft im letzten Jahr hast du Social Media genutzt, um persönliche Probleme zu vergessen? Wie oft im letzten Jahr hast du versucht, die Nutzung von Social Media ohne Erfolg einzuschränken? Hast es also nicht geschafft, weniger zu nutzen, obwohl du wolltest. Wie oft im letzten Jahr warst du unruhig oder besorgt, wenn dir die Nutzung von Social Media nicht möglich war, zum Beispiel weil du keinen Akku, kein Netz oder kein Smartphone dabei hattest? Und die letzte Frage, wie oft im letzten Jahr hast du Social Media so intensiv genutzt, dass es sich negativ auf deine Schule, dein Studium oder dein Job ausgewirkt hat? Jetzt willst du natürlich wissen, wie man das Ganze auflöst. Du kannst jetzt die Zahlen auf deinem Notizzettel einfach zusammenrechnen. Na, was kommt raus? Wenn bei dir eine Zahl unter 18 rauskommt, dann ist deine Nutzung unproblematisch. Wenn bei dir aber über 18 rauskommt, dann ist deine Nutzung laut dieser Skala problematisch. Mich würde total interessieren, was bei euch rauskommt, also schreibt gerne mal eure Zahl in die Kommentare. Diesen Test kannst du übrigens ganz einfach wiederholen und statt Social Media die Namen einzelner Apps einsetzen, also zum Beispiel WhatsApp oder TikTok, dann merkst du auch ganz schnell, welche Dienste oder wo die Nutzung bestimmter Dienste für dich besonders kritisch ist. Wie und das war es jetzt schon? Eine Zahl gibt uns Auskunft darüber, ob wir süchtig sind oder nicht? Naja, so einfach ist es leider nicht. Es gibt nämlich auch Studien, die zeigen, dass die Skalen, die wir aktuell haben, noch nicht gut genug sind, um wirklich zu messen, ob da eine Abhängigkeit besteht oder nicht. Es ist also alles ziemlich komplex. Was dir vielleicht auch aufgefallen ist, ist, dass sich die Fragen alle auf das ganze letzte Jahr bezogen haben. Und daran merkt man schon, dass es überhaupt nicht so ist, dass man, wenn man mal ein Wochenende viel Zeit am Handy verbracht hat, sofort süchtig ist, sondern dass es schon immer um längeren Zeitraum geht. Tja, und das letzte Jahr ist jetzt ja ziemlich durch Corona geprägt. Das allein könnte die Ergebnisse schon ziemlich verfälschen. Unabhängig von der Skala, die wir gerade durchgegangen sind, kannst du dir aber auch immer wieder ein paar andere Fragen stellen. Zum Beispiel, wie fühlst du dich nach der Nutzung von Social Media oder mit deinem Smartphone? Fühlst du dich irgendwie hibbelig oder unwohl, wenn du weißt, dass du eine bestimmte Zeit lang nicht auf Social Media gehen kannst oder dein Smartphone nicht zur Hand hast? Versuchst du immer wieder weniger Social Media oder dein Smartphone zu nutzen, schaffst es aber einfach nicht. Und zu guter Letzt vernachlässigst du manchmal Schule, deine Freunde oder Familie, weil du unbedingt mehr Zeit mit deinem Smartphone oder auf Social Media verbringen willst. Und was kannst du jetzt aber tun, wenn dir das alles bei dir selbst kritisch vorkommt? Hol dir Hilfe. Ein erster Schritt kann immer sein, mit Freunden oder Familie über deine Probleme und Sorgen zu sprechen. Du kannst dir auch Hilfe von außerhalb holen, also andere Vertrauenspersonen oder zum Beispiel Schulsozialarbeit. Stell dann im Gespräch klar, dass du Unterstützung brauchst und dann könnt ihr gemeinsam überlegen, was jetzt ein guter Schritt wäre. Es kann sein, dass du zum Beispiel ein paar Apps, die für dich besonders schwierig sind, erstmal deinstallierst oder dir genaue Nutzungszeiten setzt, dich vielleicht in deiner Nutzung von jemand anderem kontrollieren lässt oder dein Smartphone für eine Zeit lang ganz abgibst. Auch ohne drastische Schritte ist es so oder so gut, mit anderen über deine Sorgen und Ängste im Gespräch zu bleiben. Ein kleiner Schritt kann es übrigens sein, die Nudges auf deinem Smartphone auszustellen. Was das ist und wie das geht, das haben wir dir hier im Video erklärt. Was ist jetzt aber das Fazit von diesem Video? Erstmal, ja, es gibt Menschen, die eine pathologische Smartphone- oder Social Media-Nutzung haben, das heißt, die wirklich abhängig davon sind. Das ist aktuell in Deutschland aber noch eine sehr, sehr kleine Gruppe. Eine größere Gruppe hat hin und wieder eine exzessive Nutzung, das heißt, man nutzt das Smartphone oder Social Media eine Zeit lang sehr, sehr intensiv. Ich würde aber sagen, unabhängig von diesen Gruppen kannst du dich immer wieder fragen, wie geht es dir denn aktuell mit deiner Smartphone- und Social Media-Nutzung? Hast du zum Beispiel das Gefühl, dass du eigentlich weniger nutzen möchtest, aber es alleine nicht schaffst? Dann hol dir Unterstützung bei Vertrauenspersonen oder bei Expertinnen und Experten. Ich finde es auch schön, wenn wir statt Sucht vielleicht anfangen, von exzessiver Nutzung zu reden, weil ich glaube, dann können wir alle viel leichter darüber sprechen und auch darüber ins Gespräch kommen. Und genau das finde ich persönlich nämlich total wichtig. Dass man zum Beispiel meiner Freundin oder einem Freund sagen kann, hey, ich will heute mit dir abhängen und nicht so viel auf mein Smartphone schauen, das fällt mir aber gerade total schwer. Kann ich dir mein Smartphone geben, du packst in deine Tasche, dann kann ich nicht reinschauen? Oder, dass man auch ansprechen kann, wenn man sich Sorgen macht und zum Beispiel sagt, hey, mir fällt auf, du hängst in letzter Zeit extrem viel auf TikTok ab. Geht es dir noch gut damit? Kann ich dich hier irgendwo unterstützen? Vielleicht wirst du auch dieses Video hier direkt als Gesprächsanlass nehmen, dann schickst du doch einfach mal in deine Freundesgruppe und ihr quatscht mal drüber. Übrigens haben wir dir ganz viele Infos zu dem Thema noch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn dir das Video gefallen hat oder geholfen hat, dann würde ich mich total freuen über einen kleinen Daumen nach oben oder ein Abo hier auf unserem Kanal.